Heute ist Freitag, der 1.12.2023 und damit herzlich willkommen zum Unser Sammler-Team Adventskalender 2023. Heute starten wir unseren neuen Adventskalender. 24 Tage lang öffnen wir jeden Tag ein Ü-Ei der neuen Weihnachtskollektion. Lasst gerne ein Abo da und verpasst keine Folge. Heute geht es also los, 24 Tage lang. Viel Spaß mit dem ersten Überraschungsei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tag Nummer 1 im Unser Sammler-Team Adventskalender. Ich freue mich schon auf morgen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen am 2. Dezember wieder. Bis dahin, alles Liebe, euer Stefan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017